Herzlich Willkommen im Firmament! Das Firmament ist unsere Vision eines ganz neuen spektakulären Eventzentrums. Mein Name ist Ernst Seidl, ich habe mich vor 25 Jahren mit dem Cateringbetrieb selbstständig gemacht, bin peu à peu mit meiner tollen Mannschaft gewachsen und das Ganze mündet jetzt in dieser tollen Eventlocation mit Hotels, mit Eventhalle und natürlich ein tiptop nagelneuer lässiger Cateringbetrieb. Das Firmament ist ein Ort, der Menschen zusammenbringen soll. Das Firmament ist ein Ort der Kulinarik vor allem. Das Firmament ist ein Ort, wo sich multikulturell sehr sehr viel tut. Also Minivision hinter der Ganzen ist definitiv ein besonderer Ort zum Schaffen, um unsere Firma, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln, um irgendetwas ganz besonderes, für Vorarlberg Neuartiges aus dem Boden zu stampfen. Also unser Ziel ist definitiv ein Ort zu kreieren, wo sich Menschen treffen, wo sich Menschen kommunizieren, wo sie sich netzwerken, wo sie sich weiterbilden und das Ganze umrahmt von einer tollen olympischen Küche und einfach, dass sie da sind und eine gute Zeit erleben mit uns gemeinsam. . . . . Still Whittem 많은 aufg混zert an der anderen Seite. . Vielen Dank.